ARD Text im Auftrag von Funk Warte, ich geh das mal auf dem Wissen Okay, mach mal Ach, hier geht's doch Warte, hier geht's ja tatsächlich schon Das ist nicht im Raum, aber egal Da noch, bitte machen Irgendwann Ähm Warte, ich geh nochmal hin Hallo Ja, ich seh doch keinen Aber das ist ja wirklich nicht im Raum Okay, hab keine Lust mehr Ja, machen Ah, das sieht doch schon besser aus Also ich seh da keinen gerade Ist das denn in den Raum? Aaaaaah, da ist einer Okay Weiter weg Äh, die haben uns da aufgemacht Au Oh, oh, lol, das ging ja Au, 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 au Da ist noch Smoke Au Das war Astrein, ne? Ja, da ist Smoke in der Küche Der war in der Küche Ich seh ihn aber nicht mehr grad Fick dich! Yo Kuhn! Ich weiß nicht wie ich den einen umgebracht hab, aber okay Haben wir jemanden gegen Fuse eigentlich? Ne, ich bin ein Romer Äh, nicht wirklich Doch, ich bin aber Fuse Aber nicht Können die Fenster durch, ähm, Fuse aufgehen eigentlich? Inwiefern? Ja Ja, hier diese Gasladung in dem Flex-Window Nein Da? Ich hab's nie getestet oder gesehen Warte Alter, wie Assi Aber ich muss euch gar nicht sagen, was passiert ist Oh, das ging ja schnell Hab ich eingesehen Ja, ist drin, ne? Ja, ich Fuck, ist drin Down Ja, wahrscheinlich In Ernst? Natürlich immer wie ein letzter Trottel Leute? Was war das denn? Äh, irgendwie ein letzter Trottel hab ich ja erwähnt Das sind jetzt drei oder vier Leute drin, so Äh, alle sind drin Die fahren alle drei in einer Linie? Ja, und der eine hat noch Sentiment gekillt Das war am Ende ein, eins gegen zwei noch Fünf, drei in Kampen Lasst mich durch Könnt ihr ja rein theoretisch hier noch einen hin machen? Könntest du, machst aber nicht Oder wo soll ich hin machen? Wer hat noch alle, wo, wo Ach doch Einer hat noch keine Weste Nein! Nein, das ist voll verkackt! Okay, ich, ich Ich hoffe es klappt trotzdem Ist da was? Geht nicht Ich fahr ein Stück zurück So, jetzt Ist da was? Nö, nö Nö, nö Ja! Ja! Das hat verdammt nochmal geklappt Alter, die Falle hat sowas von geil geklappt Okay Dronen vor, bitte Ich hab keine mehr gehabt, ich hab das schon zweimal gedronen Und wir wussten auch, wo der ist Oh Gott, der soll ab Der fuckt grad so ab, ey Ja, wir haben doch gewonnen Lass dir doch easy schreiben Trotzdem fuck das ab Lass dir doch easy schreiben Lass dir doch schreiben Nein! Der hat gegen eine Barrikade geschossen, ne? Das kennen sie Wallack, I record Warte, warte, warte Warte Das musste jetzt sein Das, das musste jetzt sein Das haben wir so verdient Warte Hallo Homie Julius Was willst du? Ich werde gespottet Wollah, 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 wollah Du musst jetzt mal einen Daumen dazu benutzen Sie sieht so gruselig aus, die Miga Jo, um die Konzentration bitte Konzentration Oh Gott, gespottet Oh Gott, gespottet Oh, ich hab was gegedrückt Und übrigens, äh, äh Und unser Maid steht einfach Weißt du, er steht einfach da so rum I don't give a fuck, ne? Hey, hör auf Das war noch Schluss dazwischen Oh Gott, lau Mann Du hast ihn nicht überliebt, der ist Und der zieht mal den So eine Scheiße Man könnte dir einfach mal die Klappe halten Okay, jetzt hat er aber gestorben Es wäre einfach so üppig gewesen, hätte er das überlebt Es wäre einfach so üppig gewesen, hätte er das überlebt Hinter dir, hinter dir Oh, ich kann ihn nicht Oh, ich kann ihn nicht Und das ist schon mal 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 Nicht picken Nicht weiterpicken Nicht weiterpicken Nicht weiterpicken Nicht weiterpicken Ja, pass runter Ich denke, der ist auch in der drin Ja, der ist runter Der ist runter Der ist runter Und leer. Mit 3 Schuss hatte ich noch drin oder so. Alter, der ist fast tot. Findest du? Irgendwo wird ein Dropper gehört vielleicht. Ziehen Sie in die Ecke? Hast du schon. Versuch zu gucken, der fehlt. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn getötet. Ich kann nichts sehen. Wer war das denn? Kapitao war das. Der ist aber durchgelaufen. Ich habe den HP. Und Hibana auch. Ich habe ihn verletzt. Alle sterben. Alter, das war eine gute Idee. Mit den Fenstern auflassen. Äh, mit Wänden auflassen. Okay. Ach so, das war von dir. Ja. Haben wir jetzt eigentlich den Dropper verstärkt? Ja. Natürlich, ihr habt ja mich. Der Spreiter. Okay. Glas ist schon drin im Gepäckraum. Im Frachtraum. Ja, sehe ich. Spielt auch. Ja, wieso nicht? Den verstehe ich den nicht wieder. Der guckt zu mir ganze Zeit noch. Okay, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ich sehe ihn nicht mehr. Ui, hier kommen drei Leute, ne? Vier möchte ich nehmen. Ich hole ihn. Ich hole ihn. Okay, die sind alle bei euch. Einer über euch. Einfach noch einen durchholen. Ich habe nicht getroffen. Schade. Einfach richtig reingesprayt. Einfach noch mal an der selben Stelle. Okay, der. Letzte ist für euch. Ja, easy. Easy. Danke für die Aufdeckung. Bitte. Bitte. Ich habe es einfach zweimal an der selben Stelle gemacht, ne? Ich habe nicht hier. Ähm, Glas. Verhören. Renn hoch. Verhören, wie er schon runter springt. Spring auch runter und verhören sie noch mal. Ja. Natürlich ist das auch ein bisschen ausgepackt. Okay. Ich mag Profi-Zucker. Echt? Echt. Bist du, bist du dir da sicher? Nein, äh, ist dich nicht sicher. Okay, Alex, das mag ich auch. Alex, ich, Alex, mach ich auch. Also auf dem Floh direkt ist... Also hier ist echt fette Action, ne? Ja, das merke ich gerade. Oh Gott. Scheiße, ich hab... da es inappropriate ist. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, falle, fuck, faso, fuck, 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 fuck. eaah, tie까 blass doch mal bitte einen Blick. Ja, auf die Chemnoot. OK, das war Thecher. Watthafttw, Junge. Was fressen sie den? Von wo, von wo wurst du geholt? Auf lesen wo bierde Staes. Oh grecker? That is schlecht. Der ist schlecht. gib mich nicht droppe bei mir links ist was da ist Backreader du wolltest mich doch verarschen sehr schön nicht peaken am besten nicht peaken da hast du sehr schön letzter kill das wäre nice michi nicht töten ja dann komm zu mir ich bin nämlich fast down wo ist er da gerade durch vor mir warte ich guck ams weg er ist gleich tot er kommt zur ja das das fucking ist sehr schön bitte Da wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir pressen auf 10 Job, du, 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 du Alex, auswöl. Chris, auswöl. Chris, auswöl. So, ich rekorde das jetzt. Vamos a la Playa, a Mimi Gustavo Bailer en vivo de la noche. Chris ist ein dummer Fiesling. Ah, okay, unser Mates ist einfach AFK. Ja, passt doch.